Hallo! Hallo! Ich habe Marken genommen, weil ich jetzt einfach keinen Blick in der Hand habe. Du kannst machen, was du willst. Ich möchte einfach mal gucken, kann ich das machen. Aber dann kannst du schwarze Reformen. Ganz normal, also so wie es in deinem Mund braucht. Aber schwarze Reformen? Je nachdem, wie viel Ablenkung ist, ja. 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 Ja.